Tut mir leid, Schorsch. Oh, oh. Einfach rausgeschmissen. Jetzt gehts rund. Erst die Oma, dann der Hund. Wir switchen rüber und let's rocken. Das ist bestimmt ein Talent, was man bei der Armee braucht. Im Panzerhofen und sofort fliegt ne Bombe raus. Und dann ist das Haus natürlich Schrott. Ähm. Da lache ich mich auch immer kaputt, wenn ich das Haus meiner Eltern in der Luft jahre. Ist das Beste, was du tun kannst. Vor allem nur so ne kleine Stamme. Pepper und Schorsch sind... Du Hurensohn. Pepper und Schorsch sind... Die Folge heißt jetzt Hurensohn. ...den Oma und Opa Wurts Garten. Sie wollen im Baumhaus spielen. Da kommen die Freunde von Schorsch und Pepper. Linus, Zoe, Luzi und Luisa. Dürfen wir reinkommen? Jaaa. Da sind Klausi und ein Pedo. Aaaaaaah, ein Pedo. Dürfen wir reinkommen? Tut mir leid, Klausi. Nur Mädchen dürfen ins Baumhaus. Aber Schorsch und Lino sind Jungs. Oh, ja. Hä? Tut mir leid, Schorsch. Oh, oh. Einfach rausgeschmissen. Das Baumhaus. Geh hoch auf, die armen Kacke, Alter. Ich scheiß mich ein. Nur für Mädchen. Oh. Alter, ihr geht alle Schrott. Was ist denn hier los? Das ist die Kaputtmacher-Folge. Wieso heulen die, wenn das Baumhaus runterfällt? Bestimmt, weil sie auf den Boden geklatscht und dann bluten. aber äh, deswegen heult man doch nicht. Prrrrrrrrs. Was ist los? Die Mütchen lassen uns nicht in ihr Baumhaus. Hohohohohohohohohohohohohoho. Ich denke, ich kann euch helfen. Kommt einmal mit. Hey. Seltsames Opa. Oh, oh. Hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho. So rollen sie bei Mission Impossible auf jeden Fall rum. Hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho. Schmeiß halt alles fertig jetzt habt ihr jungs eure eigene bude Nein das ist eine jungs bude und nur für jungs Halt das mal haltet die schnur schön straff dann könnt ihr mit den jungs sprechen Wir wollen nicht mit den jungs sprechen Oh da fliegt der Opa klein mit weg und der hat ihnen nur noch geholfen die pude zu dem panzer da hin zu stellen Oh das ist kaputt alter Ich ahne schreckliches Wie der panzer den bärjungen runter fährt Der fährt durchs Outro von Big Pepperwoods Da klebt es Ah also doch kein flugzeug gewesen es war ein panzer Oh oh Ja aber mit das Luftjacks gibt es keine neuen Videos Noch größer geht es wohl nicht das Gebäude wäre doch mit Schrotz Ah 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 oh Oh Oma Ah 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 Die pflicht durchs Auto Alle tot. Alle tot. Oma lebt alleine. Alle tot. Der Panzer brennt immer noch. Junge. Was war hier los, Alter? Das war hier total durchgedreht, ey. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn ihr nicht getan habt, abonniert. Dies sind die Farbe für mich. Und bin damit raus. Bis zum nächsten Mal.